Wir befinden uns zur Zeit auf unserem Hof im schönen Weinviertel und ihr seht, das Wetter ist prachtvoll. Eigentlich wollte ich heute einen Brathuhn zum Mittag machen, aber aufgrund des schönen Wetters habe ich umdisponiert und ich werfe den Griller an. Wir eröffnen die Grillsaison und ich mache etwas, das ich schon lange ausprobieren wollte. Ich mache ein Bierhuhn. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, da wird ein Huhn auf eine Bierdose gestülpt und so in den Griller gestellt. Mit der Dose am Griller habe ich ein gewisses Problem, aber ich habe eine Vorrichtung gefunden, wo man das Bier hineinfüllen kann und damit mache ich jetzt das Huhn. Das heißt, ich gebe die Vorrichtung, fülle es mit Bier, stülpe das Huhn drüber. Das probieren wir jetzt gemeinsam. Das Huhn sollte jetzt 200-230 Grad eine Stunde lang im Fehler sein. Und dann? Dann essen wir es. Das Huhn sollte jetzt 100-230 Grad ein. Und dann? 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 Die Grillsaison ist eröffnet, Kinder. Ich bekomme den Tag zurück. Ich auch. So, jetzt werden wir das ganze Ding einmal runterheben hier. Das ist gut. So. Kari, willst du tranchieren? Nein, bitte mach du das. So, wie ist das? Jetzt sitzt das hier hinten. Gut. So, ich fange hier auf der Brustseite an. Also. Hörst du gut? Ja. Das weiß ich gut. Das weiß ich gut. Ich kann euch nur sagen, das Messer gleitet durch das butterzarte Hühnchenfleisch. Eine super coole Methode, um einen Hund zu grillen. Man kann es mit einem Bier machen, man kann genauso gut Weißwein hineinfürmen, als antialkoholisch wie mit ein bisschen Fond mit Knoblauch und so weiter. Man kann es automatisieren, wenn man möchte. Und in Wahrheit war mein Hund jetzt dann schneller fertig, weil das hatte 1,4 Kilo. Das hat jetzt gebraucht 40 Minuten bei 230 Gramm. Man muss sich das einfach ein bisschen an seiner Hühnchengröße orientieren. So. Wer will eine Brust? Ich. Nein, ich doch. Haxal. 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 Haxal.